Nächster Halt Dresden, Mitte Übergangsmöglichkeit zum öffentlichen Personennahverkehr Zugang zum Kongresscenter Dresden Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Stop Dresden, Mitte Access to Dresden Kongresscenter Exit to the left in the direction of travel Neustadt Übergangsmöglichkeit zur S1 Zum Regional- und Fernverkehr Sowie zum öffentlichen Personennahverkehr Nächster Stop Dresden, Neustadt Dresden, Neustadt Dresden Tag Anschloss Dresden proton Vercede Nächster Dresden Dies Das war's für heute. Ausstieg in vorder Richtung links. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020